Siegel setzen! In die alte Welt bitte. Jetzt bring ich mir dann Kanonen mit. Es ist kein Regen, solange dein Kopf nicht davon blutet. Luftkraftgefährigste... Missionen. Darf ich mal fragen, warum wir alle so eine schlechte Moral hier haben? Auf Kurs! Auf Kurs! Eine gute Besatzung. Keine Chance! Keine Chance! Was? Ach, das ist doch kacke. Stahlträger! Kann allem Spaß finden. Sogar an Botengängen. Du wirst das Schiff schon schaukeln. Ein Schiff erster Klasse. Ein Feuer ist ausgebrochen. Die Schworder. Ohne Gebäudedichte. Kehre dem Kampf nicht den Rücken. Ja. Ja, so müsste es ja reichen. Ach, weil die Schule brennt, geht es gerade so genau. Die Flammen sind außer Kontrolle. Das geht doch schon hin. Die Löscher jetzt überall. Also, das passt schon. Die Flammen sind auch sehr gut. Weil ihr ja brennt. Was wisst ihr, warum? Die Schule geht wieder gut. Alles wieder gut. Neue Ziel. Oh, lass mal kurz schauen. Nehme ich mal 50 Stahlträger mit. Was weiß noch, was ich mitnehmen soll? Was waren das noch? Was war denn das noch? Kanonen, Kanonen, Kanonen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Die Flammen wurden gelöscht. Ja, ich dachte doch, das kriegen wir hin. Was? Sag mir, wenn Sie das... Bringen Sie die Menschen hier zusammen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ach, Tatjahs haben sie? Fein ist er. Ja, so. In Bewegung? So, verrutscht. So. Wir sind aus Bananen. Ja, ich mach gleich weiter. Ich will erst noch die zwei Inseln kriegen. Und eine Bananen. Das läuft. Drum läuft auch. Und das läuft auch. Gut. Ein Schiff erster Klasse. Gute doch. Neue Befehle, Admiral. Ich muss nur auf die Ziegel warten. Guck grad her. Okay. Die Eigentlichkeit Stahlproduktion hat voll. Kann ich ja gar nicht, ne? Ne. Aber unlogisch, dass man das dann für ein Tor braucht. Na, ganz ehrlich. Kann ich mal Straßen aufwerten, ne? Geld hab ich ja auch nicht gemacht. Ein Schiff erster Klasse. Ich erkenne das so schlecht mit den Bäumen. Ja, das passt. Mit Mine. Was ist das für eine jämmerliche Kreatur auf Ihrem Wappen? Also bitte, ja. Coffee-Plontage. War kalt, hellig. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Die Waffenruhe wurde beendet. Wann kommt mein Schiff denn von der Überfahrt? Ein Foto machen. Und was mach ich denn ein Foto? Ein Freiheitskämpfer. Seid ihr die Freiheitskämpfer? Einscheinend schon. Ja, gern. Anders kamen alle Nahrungsmittelerzeuger. Ich mach ja gleich was. Nahrungsmittelerzeuger. Mein Schoner. Das ist schlecht. Ein Schiff erster Klasse. Spielstand gespeichert. Schiff unter Beschuss. Kanonen! Kanonen! Neue Ziele. Wer bist du grad hier? Was ist das denn jetzt? Bleib mal hier, bitte. Was war denn das jetzt grad schon? Auf die alte Dame ist Verlass. Du folgst dem bitte. Handelspreise. Minus 10%. Ach, das wird dann zerstört. Ach, das wird dann zerstört. Das soll ich aber aktivieren. Das soll ich mal kurz reparieren lassen, mein Freund. Das soll ich mal kurz reparieren lassen, mein Freund. Wie ist denn mein Rathaus? Ich hab eins gebaut, oder? Ach, das soll ich jetzt auszumischen. Ich muss dich kurz reparieren lassen, es tut mir leid. Das ist das. Ein Schiff erster Klasse. Problem brauchst du nur um die neue Welt zu segeln, hey. Das läuft doch alles. So. Okay. Alles klar. beim Verkaufen. Kann ich mit dem jetzt Handelsrechte machen? Was soll dieses jämmerliche Gekritzel? Oh. Fast hätte ich gelächelt. So. Das bringt mir aber auch nix. Das ist wirklich nett von dir. Auch wenn andere... Natürlich ist das nett von mir. Neue Ziele. Die Waffenruhe wurde beendet. Ein. Frag mich wann mein Schiff mal ankommt hier. Deine Stahlträger. Das trifft jetzt so die Tortilla-Bäckerei. Nein. Sie haben an Einfluss gewonnen. Schön. Wir können tagsüber einladen und spenden. Dann kommt mein Bötchen an. Ein Stand gespeichert. Das wäre der geeignete Ort für mein neues Basislager. Deine Chance für eine gerechte Sache einzustehen. Wir sind Sklaven. Ich flehe dich an. Liefere uns nicht diesen Diablos aus. Die Bücher hier arbeiten für uns. Von mir aus freigegeben. Ein Schiff erster Klasse. Ja. Was? Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Der auch Zeit wurde. Neue Befehle, Admiral. Mit den Dich hier. Das ist ja echt ein wenig schwer. Gute hier. Und wir leben hier wirklich? Schwarzbären und sowas? Und Wölf? Ist ich da sicher? Immer gern. Ich brauche nur einen schwarzen Bär. Okay. Das hier wird unsere Festung sein. Eine Zuflucht fernab jeder Unterdrückung. Wir müssen sie schützen. Hoch. Mit ihrer Flamme werfen. Ganz kurz. Ganz kurz. Mach Ihnen große Angst. Bitte, nimm sie auf. Was, wenn all diese Leute krank werden? Wir brauchen ein Hospital. Ja. Die Flammen sind außer Kontrolle. Ich baue vielleicht noch Feuerwehr. Du vertreibst. So, jetzt möchtest du aber noch den Schwarzbär hier finden. Darf die Küste nicht vergessen, ne? Ja. 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 Jünger Bär. Trifft mir da ne Zeit ab, Mensch. Was hat die denn auf der Wiese Insel? Also ne, ganz ehrlich. Ja. 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 Da rennt einer. Da ist einer, aber den darf ich noch nicht nehmen. Ich finde das so doof. Alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Ja, natürlich sind die auf Zack. Ich bin dein Schwarzbär, nett Mädel. Die Flammen wurden gelöscht. Geht schon rum jetzt, ne? Buchskampf. In den Buchskampf-Arenas. So was aber auch. Was für ein großartiges Leben. So, ähm. Kaffee wolltet ihr, gell? Das kannte ich noch nicht. Während sie in Bescheidenheit leben, mache ich mir die Welt untertan. Neue Befehle, Admiral. Die Stahlträger. Ein Schiff erster Klasse. So, und der Rest kann die dann nämlich haben. So, jetzt nehm ich von hier nehm ich den Kaffee nämlich. Das heißt, ich muss eine Straße bauen. Brauchen wir einen Marktplatz und ich brauch leider auch Häuser. Ich bin es gewohnt nicht viel zu. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Jetzt habe ich noch Zeit. Wieso finde ich denn eine Mission dauernd noch? Ich will den Schwarzberg zusammenkommen, wenn ich schon alle anderen gefunden habe. Ich will den Schwarzberg noch finden. Wird nix, wird nix. Wenn ich aufs Spiel anhalten gehe, ist der wahrscheinlich nicht markiert, oder? Ich glaube, dass ich den nehme. Ich kann mich nur bedanken. Aha! Flotte erwartet Befehle. Es sind drei. Es geht nicht um Rache. Es geht darum, für mein Volk eine Zukunft abzubauen. Deine Chance für eine gerechte Sache einzustehen. Wir zählen auf dich. Flotte bereit. Fregatte beginnt Geleitschutz. Mach dir erstmal das da bitte. So, du brauchst da noch ein Kontor. Geht auf, wo du hin trittst. Deine Inseln sind voll in Wunder. Ein bescheidener Fleckenland. Passt zu ihnen. Ach je. So. Ich habe ein Lager ausgebaut statt einen Marktplatz. Ja, Leute. Das ist natürlich geschickt von mir, ne? Guck mal leid. Und jetzt kann ich es nicht mal bauen, weil mir Holz fehlt wahrscheinlich. nicht. Es geht nicht um Rache. Guck mal das Kanonenbild. Bereit. Spielstand gespeichert. Okay. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Verringert. Nujutsa. Was ist denn Nujutsa? Was ist da? Ja, das ist mir klar, dass ich dieses Verringert hat. Das mache. Das brauche ich noch nicht. Wahrscheinlich gar nicht, aber Hauptsache muss man machen. Ich liebe Schiffe. Okay. Ach so. Ich muss wieder perversieren. Die Waffenruhe wurde beendet. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Bitteschön. So, du holst jetzt erstmal Holz ab. Mein liebes Kanonenbildchen. Es ist irgendwie seltsam hier. Hä. Der Falke ist bereit. Dann geh ich hier hin. Sind verfallen. Ja gut, das ist klar. Zu meiner Zeit haben alle mitgebracht. Alle ausgezogen. Sie hätten sich ja nicht gleich kaputt machen müssen alles, oder? Ihr kriegt bald euren Kaffee. Keine Sorge. Auf die alte Dame ist Verlass. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Lotto legt ab. Jaja. Ihre Zustimmung ist nicht ebenso recht und billig wie ihr Untergang. Der droht mir mit Krieg? Was ist für ein Arsch. Was ist für ein Arsch? Was ist für ein Arsch? Wie viel hat denn der? Ich weiß nicht, ob ich den zahlen soll. Schiff unter Beschuss. Das ging ja schnell. Sie zwingen mich dazu.